Jeder, der in der Zeitarbeit Akquise betreiben muss, neue Kundengewinnung betreiben muss, denkt an ein Wort, Horror. Es ist wahnsinnig unangenehm, einen Kunden anzurufen, permanent abgewimmelt zu werden, die Kunden legen auf oder du wirst beleidigt. So ging es mir auch. Ich habe drei Jahre versucht, einen Kunden zu gewinnen. Daraufhin habe ich mich mit einem lang bestehenden Kunden unterhalten und der sagte zu mir, Kadi, ich bin beim BNI, komm doch mit zum Frühstück. Ich bin zum Frühstück mitgegangen, 40 Unternehmer in einem Raum und ich bin hängen geblieben. Es hat mich gefesselt, ich war absolut überzeugt. In meiner 60-Sekunden-Präsentation habe ich diesen Wunschkunden, das ist die Firma Graves, an dem ich drei Jahre gebaggert habe, ich habe keinen Kontakt bekommen, habe ich benannt. Eine Woche später habe ich einen Empfindungssettel bekommen mit dem Namen des Kontaktes, mit einem Termin. Ich bin hingefahren, habe den Auftrag bekommen und er sitzt am Bestandskunde. Das ist BNI für mich.